guten abend herzlich willkommen hier bei mass effect andromeda ja die letzte sitzung liegt schon ein paar tage zurück ich weiß gar nicht was wir zuletzt gemacht haben jetzt kett schild beobachten bilderer verfolgen was haben wir noch erinnerungsauslöser ja den können wir ja mal hier reinfahren blogbuch was haben wir hier aus der uns volle spur pbg projekt die e mail von kawa lesen machen wir nachher und bald aus posten wissenschaftler auf hawai so ich habe keine runde battlefield worden gezockt und habe total abgekackt und war auch der kaiser franz beckenbauer deswegen tut mir leid wenn ich ab und zu mal ein bisschen nur aus der rolle sagen wir mal schweife ja gucken wir mal nein die leihren sind ältere geschwister jüngere geschwister sind die monolithen erwecken hier ja wir haben ziele ja was du nicht sagen die monolithen sind ältere geschwistert ich bin die ganze zeit vorbei das ist schön für dich exklusives material wir fahren stufe 1 immer noch sie sind in ausgezeichneter körperlicher verfassung besser als alle anderen ich wusste nicht dass sie darauf achten der verstand macht was er will okay ich wollte das erinnerungsauswäser ach hier kann man steckt die waffe wieder ein ninder kleine schwesterlein den können wir gleich mal mitnehmen noch eine erinnerungsauslöser eine der erinnerungen ihres vaters ist jetzt zugänglich kehren sie zum samkern auf der hyperion zurück um mehr zu erfahren nö nö noch nicht wo 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 Ich merke das schon. So, guck mal mal. So, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Okay, danke dir. So, dann haben wir den ans Licht gebracht, die Rühne. Dann machen wir das noch. Schauen wir mal. Iridium, nice. Wir kriegen es mit Ketsu-Tur. Warte, wo, 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 wo. Oh, redet mit mir. Ach Gott, da, okay. Halt. Ah, da, Feuer. Ja. Brand Money. Okay. Das denke ich aber auch. So, dann gucken wir mal, was die Dame zu sagen hat. Geht es Ihnen gut? Hören Sie, ich weiß nicht, wie Rojek sie dazu gebracht hat, uns zu helfen. Aber er hat sie belogen. Astra, nicht. Ach, halt die Klappe. Ach, halt die Klappe. Rojek ist ein Schmuggler von Cadera. Genau wie wir. Wir kamen hierher, als wir von den Cat-Angriffen auf die Dörfer hörten. Er will die antike Karte von Volt an den meistbietenden verkaufen. Sie ist ein Vermögen wert. Okay. Von allen miesen Möglichkeiten ein paar Credits zu verdienen. Sie bestehlen meine Leute, nachdem Sie alles verloren haben? Ich habe mich umentschieden. Oder etwa nicht. Okay, also. Wieso erzählen Sie mir das? Als ich hier ankam, als ich sah, was die Cat diesem Ort angetan haben. Diese Leute müssen schon genug durchmachen. Auch ohne, dass ihnen Plünderer das Wenige stehlen, das ihnen noch geblieben ist. Ich will, dass Sie die Karte zum Widerstand bringen. Dort wird sie wenigstens einem guten Zweck dienen. Und was ist mit Rojek? Er ist kein übler Kerl, sondern hat einfach manchmal dumme Ideen. Wenn wir ihm von diesem Ort erzählen, wird er es verstehen. Gehen Sie also nicht zu hart mit ihm ins Gericht, okay? Bringen Sie dem Widerstand einfach die Karte. Er hat mich belogen und diese Sache dadurch zu etwas Persönlichem gemacht. Wir werden also eine kleine Unterhaltung führen. Naja, ein Versuch war es wert. Auf jeden Fall danke ich Ihnen. Ich habe keine Lust, mich mit Astern anzulegen. Also machen Sie schon. Wir nehmen Sie die Karte mit. Ja, ja, ja. Erstmal noch schauen, was wir hier finden. Hier ist er noch ein Behälter. Hier ist auch noch einer. Oh. Na. Jawoll. Alles mitnehmen. Können wir alles verhöhekehren. Okay, hier ist nichts. Sehr schön. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Oh, jetzt noch weiter. Was ist das? Ich registriere einen Temperaturab... ... ... ... ... ... ... Naus. Nein. Yippee. Oh, Iridium! Jawoll! So, dann haben wir das auch. Keine Ahnung was das sein soll. Hier haben wir auch noch was. Aufklärungspunkt. Denn fahren wir mal da hin, ne? Oh Gott! Guck mal, da ist es noch was. Jetzt, komm! Auch wieder CAT-Lager! Hey, Rider! Boxenstopp? Ich würde mir gerne kurz die Beine vertreten. Gute Idee! Anhalten, rausspringen, einmal im Kreis laufen und wieder einsteigen! Nein? Auch gut! Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Oh, hier ist nichts los. Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay. Ich registriere Temperaturen unter dem normalen Wert. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ja, das ist sehr schön. Ja, das ist sehr schön. Stufe 2. Oh, oh. Nein, unser... Schneller! Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Wow. Ablauf. Optionen wurden ihren Love-System hinzugefügt. Ja, sehr schön. Äh, Ausstattung? Ja, toll. Geil, der Bulli. Alter, hier ist ja noch weiter. Oh Gott. Da ist noch was. Ja, also hier mag ich dann auch erstmal Schluss. Das ist 3 Uhr. Also ich bin echt hundemüde. Also haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.